Sanakadikasana, die Stellung des Weißens, Sanakadika. Ananta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung, entspannte Stehhaltung. Dann gib die Fasen zusammen und die Zehen zusammen und gib den rechten Arm hinter den Rücken und fasse die linke Hand mit der rechten Hand in der Höhe des Oberschenkels. Und ohne die Knie zu beugen, gib den Kopf nach hinten, den Brustkorb nach hinten und beuge dich so weit nach hinten, wie du kannst. Schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen oder durch den Punkt zwischen den Augenbrauen nach oben. Schiebe dabei das Becken nach vorne, sodass du die Dehnung im Oberschenkel, im Bauch und auch im tiefen Bauch im Psoas und Iliopsoas spürst. Diese Stellung ist eine sehr gute Stellung, um Rückenproblemen vorzubeugen, sogar Bandscheibenproblemen und Hexenschuss vorzubeugen. Denn wenn Psoas, Bauch, Iliopsoas und Quadrizeps gedehnt werden, dann kann nachher auch der untere Rücken gut entspannen. Diese Stellung wird auch genannt Ratnavali und auch Shariranasa oder auch Siddhikalaasana. Die Stellung ist benannt nach Sanakadika, einer der vier Kumaras. Diese vier Kumaras sind Sanaka, Sanandana, Sanatana und Sanatkumara. Von diesen ist natürlich Sanatkumara besonders bekannt. Sanaka, auch Sanakadika, ist eben einer dieser vier Söhne von Brahma. Adi hat etwas mit Ursprünglichem zu tun, Anfang. Du kommst so zurück zu dem Anfang des Universums. Mehr Informationen über die vier Kumaras wie auch über alle Asanas auf wiki.yoga-vidya.de